yo peace leute und willkommen zum ich glaube 113 von der banne basic rebirth wir machen heute noch mal eine challenge und zwar machen wir machen was so last system wir können nicht schießen haben fliegen das ist alles also wir haben bffs bff auch ne und haben wir nicht habe bff nicht das heißt das wäre noch ganz cool bff wird die challenge gut machen die challenge lässt sich eigentlich aushebeln also ein ding die unmöglichkeit diese auszuhebeln als halt nichts gehe wie bff er hat jetzt echt der schiesel und die fliegen also waren die rote macht echt gut der mensch eigentlich aber ist ja trotzdem keine einfache challenge gar keinen fall ich hoffe mal dass shops überhaupt da sind es gibt jobs ja man schon mal recht viel geld hier können wir sprengen die kisten auch mal vielleicht eine joker karte hier das wäre schön dürfte haben und dann können wir den shop schauen wir haben schlüssel mehr ups ein bisschen zuvor gott haben wir haben dieses fliegen liebe item da was uns alle fliegen lieben die lieben und so devil deals und der menschen so bringt es uns nicht wirklich also bff ist halt das wo ich jetzt das war schon ziemlich das wenn wir das hätten also ihr seht das macht es die fliegen machen gut schaden kann man nichts gegen sagen ich würde gerne den shop trotzdem schauen auch wenn ich jetzt hier der müsste aber nicht hier sein von der reinen theorie von der reinen theorie da ist auch vielleicht ist ein schlüssel drin und beggar den wir sprengen werden die krähen fuß ja kommen ja mitnehmen ich glaube da bringt es aber gar nichts aber egal so dann schauen wir meinen job haben ski neben uns zu sehen herzchen hiermit man ski mehr aus kisten droppen ist nicht schlecht aber ich spare mein geld eigentlich für bff weil anscheinend haben wir das nicht ich habe gedacht man hat das nicht muss ich glaube ich muss auf jeden fall zu lüste gewesen ich glaube man muss sogar zu isaac ich weiß aber nicht oder zu satan ich weiß wirklich nicht so was ist was ist hier spielen super muss aber die fliegen einfach ein bisschen hier rum wirbeln und dann klappt das eigentlich schon also die challenge ich habe sie privat glaube ich auch schon geschafft aber erst noch sehr viel versuchen also gott 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 du bist du blöd passiert die die kleinen spinnen haben und dann das große fehler ja super so wir haben gut geld jeden fall schon mal und der münze für den shop auch gott warum sie so spät gespawnt bis gesehen ich weiß gar nicht da ist das ein fehler in der matrix und warum spawnen so viele kisten ich weiß zwei seelen lassen geil lasst uns hier reinschauen schön dass wir nicht wissen was es ist nehmen wir es einfach mit okay broken watch ist auch gut eigentlich die broken watch ist eigentlich auch echt gut okay der raum ist verschnellert das hat man ja echt selten aber jetzt haben wir es auch gott die munke ihr gebt euch oh come on geht gut genug an der witzigen mucke gehabt am ist ein bisschen zu voreilig und rennen dann so in die gegner rein vorher habe ich nicht geboren und gehe mir doch nicht auf den sack und die geister halten die kleinen geister halten echt viel aus das muss man halt auch lange mit der fliege dann drehen bleiben so und dann du aber wobei wir haben bomben bomben sind gegen den echt super komm her oh man hatte ich die bombe nicht getroffen ok und schau war nett mit dir bekommen ein random item page und boy a geld ist nicht mal schlecht sehen wir natürlich auch nicht was hier drin ist es kann halt gab es kopf oder so sein was auch extrem gut wäre oder brimstone nehmen wir es einfach mit abaddon ist gut und nein jetzt können wir das item nicht mehr mit dem schade aber egal abaddon ist eigentlich ganz cool abaddon ist eigentlich echt cool weil es halt uns so viele schwarze herzen gibt aber jetzt konnten wir das andere item nicht mitnehmen vielleicht wäre es kapisat gewesen kapisat wäre doch auch echt angenehm wenn ich jetzt mal ja 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 rieber so die blau fliege macht weniger schaden aber dafür ist ja weiter weg was halt ein bisschen einfacher macht gegner damit zu treffen da kommt er die krähe jetzt ist sie weg schwarze herzen nehmen uns mit wir können auch keine feuer ausschießen oder sowas das funktioniert nicht schauen wir in den shop es ist elenherz mit sonst aber nichts was ist hier unten drin das ist zu schön um abzulehnen ja schön ist das ist auch zu schön zum ablehnen diese trollbombs aber gab es port können wir mitnehmen wenn wir ab jetzt bekommen die dann umwandeln dass der die krähe die ist jetzt da die unsichtbare er sieht die nicht unsichtbar aber die auch nicht durchsichtige sondern wie nennt man das im fachjargon ich weiß es nicht transparent 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 so nennt man das aber auf so auf zu spucken alter ich will euch doch nur töten was zahl die jugend gut gehen wir oben lang die krähe die ist doch echt nicht ganz cool ich hab gedacht die spawnt nur wenn man gegner trifft also aber die spawnt auch also die spawnt hat wenn man gegner tötet heißt es doch ganz cool so wenn jetzt fliegen gewesen aber durch unsere fly love sind die gut mit uns das sind unsere brüder wenn ihr wenn ihr versteht was ich meine wenn ich versteht was ich meine bin ich ja das ja glaubt schon dass es so heißt so mach du mal dein ding hier ich attackiere dich weiter so auf meine blauen fliege rein hör auf so auf zu springen du pisser aber dann ist piep geschichte gut ein devil deal gucken wir hinein es ist krampus ich will die rote fliege die ist einfach die rote fliege macht ihr seht also die macht schon schaden kohle cool bringt uns nichts da wäre mir jetzt echt ist der head lieber gewesen nun ja gehen wir die nächste ebene aber wir haben noch viel leben das sieht euch gar nicht so schlecht aus bis jetzt wir müssen halt bff wäre halt echt der schiesel haben wir das echt nicht aber nee aber ich hätte echt also ich habe gedacht bei der chance haben am anfang bff eigentlich so das bekommen wir nicht kaputt außer wir finden little brimstone baby deshalb wäre das baby so gut so da würde ich gerne reinschauen für ein paar kisten und schlüssel für trollbombe ich habe die trocken rausgeschoben what the fuck what the fuck is going on here man ich habe auf jeden fall genug geld um in den shop zu schauen diese fliegen die kräer ist da und wird euch alle vernichten energie brauche ich nein der raum ist schon wieder verschneller wir passierten das jetzt hier gerade sonst passiert das eigentlich so gut wie nie komm ich schnell da 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 so jetzt sind sie aber auch tot sie sind sie sind zwar schnell unterwegs sind auch schnell tot ich würde ich trotzdem den shop schauen weil es ist in jedem in jedem ist die möglichkeit dass bff im shop ist und das reizt mich doch schon extrem weil dann würden die fliegen halt noch mal mehr schaden machen vielleicht haben wir es auch schon ich bin einfach zu blöd ist zu bemerken aber sie sehen auch recht klein aus mit bff sehen die eigentlich noch größer aus wo ist mein freund die krähe sie ist nicht hier blöde krähe mann ich warte wir werden bff mann so rote fliege mach sie kaputt die rote fliege ist besser du blaue schneide mal ein stück von der ab ok wow ihr habt echt ok wow ihr habt eine krasse range die broken support ist doch schon ganz gut obwohl sie jetzt bis jetzt zwei räume schon verschnellert hat sonst macht die das in dem ganzen run nicht einmal öfter oftmals aber jetzt sind zwei ebenen zwei räume ist ganz cool aber nicht so swaggy danke halo flies für diese jetzt inzwischen schon viel beschützung in diesem raum aber ne gab es jetzt weg wir können wir sind nur um springen der kleine pilz wäre cool der große pilz wäre cool alles wäre cool oder eignet sie für ever 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 under my umbrella war das lied so keine ahnung ich höre sowas nicht online und ich muss es machen und dann sind es nur pillen und eine pille davon ist energie telepille nein ich muss erstmal die spinnen erledigen okay es ist ein boss halt halt ein boss kampfraum das ist problematisch vor allem wenn es dann mega fett ist der fett da hat der fett sagt da was springst du so schnell aber aber ist jetzt gut hier du piskopf rote fliege rein tot ist er jetzt kommt mega morse rote fliege schalte ihn aus dankeschön haben sie wortel stil pille also nichts gebracht im endeffekt so im endeffekt aber wenn man muss hier ist kichern weil da hatten wir es in der schule wir hatten sie wir hatten es aus irgendeinem grund von dem wort weil man das ja irgendwie eigentlich falsch ausspricht weil man sagt ja im endeffekt also das mit dem defekt man sagt ja eigentlich im endeffekt also wo man ich ja gar nicht gar kein defekt meint und dann standen wir weg und ich wollte mir halt irgendwas holen und ich fange also im endeffekt so richtig behindert der boomerang ist auch nicht schlecht aber nehme ich jetzt mal nicht mit und dann können wir die nächste ebene gehen aber noch mal einiges an schaden bekommen auf die ebene hier ist der geheimraum okay können wir mal kurz reinschauen geld noch mal alles klar und so eine frische real-life story bekommen die überhaupt nicht witzig war cool so und das ist super duper geheimrund mit einem schwarzen herzen wunderbar wir sind jetzt in dritten ebene oder war noch offen gemacht vorne ist der boss und er ist verlangsam das gefällt mir das gefällt mir richtig gut war vor allem eben in der charge dann ist eben trotzdem recht langsam so einer schon mal tod und der zweite auch wurde bobby johann färmier das heißt wir können jetzt schießen im endeffekt weil der will die bekommen leider warum auch immer wir haben keine roten herzen schaden bekommen und keine ahnung mach ich nicht so weg batz ok eine lebt noch zwei leben noch auf hier so um zu springen das mag ich gar nicht schlüssel we take for the shop weg weg bei dem ist wir aufpassen denn die also sind wenn die furzen dann schießen die auch noch gleichzeitig das klingt echt ein bisschen blöd und die furzen und schießen die auch hat ich schwöre ok eigentlich will ich erst mal die in der mitte dauer schalten aber ich habe das nicht sogar so wie klappt das nicht so ganz okay gut der die special form schon mal tot das ist schon mal aber recht wichtig da müssen wir mit der blauen fliege arbeiten weil mit der roten fliege funktioniert nicht hier sich einen blauen stein goldkiste ok wie wenigstens unsere schlüssel zurück hier oben ist leider nichts leider der falsche weg bist auch ein recht nerviger gegner also so machen wir nicht einfach kaputt ok so müssen wir auch arbeiten aber der ist halt irgendwie kaka schon wieder verschnellert das geht den ab und verschnellerten das so oft jetzt zurzeit man regt mich gerade richtig auf so raus und rein was haben wir hier chariot aus ganz cool eigentlich für einen boss mit den fliegen bloß sie an hallo froh die fliege verdammt der scheiß rote fliege ich hasse es ich hätte das hasse ich an der challenge und diese ohr fliege kannst du jetzt nicht in einem anderen ort sein also einem anderen an einer anderen stelle an meinem körper so jetzt haben wir gar nicht mehr mehr so viel leben wir laufen auch jeden falschen weg hier gerade ab und nicht gerade so schön was gibt es hier so zu betrachten ein paar nervige opponents immerhin kann man in der challenge fliegen das wäre richtig nervig wenn man hier nicht fliegen könnte stelle ich das mal vor so und you and then i go müssen sich die turn on heart auf jeden fall schützen so ein hp upgrade war schon ziemlich schön fahren wir gab es vor und weg in den shop schauen die nonnenhaube nehmen wir mal mit der vorletzte shop das heißt es ist nicht so schlimm dass jetzt nicht mehr so viel geld haben hier will ich sprengen ein bisschen sehr schön und hier dürfte super duppel geheimnis sein 9 ok dann gucke ich auch nicht weiter monstros 2 aber verlangt gesamt der mensch stellt euch mehr den verschnellert vorhalte das wäre wissle nervig genau bleibt da monstros ja ja du darfst mich auch ruhig einmal hinten das ist mir scheißegal ja hätte mich halt noch mal ist mir auch scheißegal denn du bist tot du motherfucker ein api und ein double deal mit u eigentlich auch sehr sehr gut dann machen wir mal so kaufen uns das und nehmen das hier mit weil so können wir jetzt alle sechs räume auf jeden fall leben geben gab die spa ist halt cool wenn man viele api upgrades findet aber wir wissen ja nicht ob wir jetzt noch api upgrades finden deshalb ist es die antichristen bibel ist es verkehrt mich noch vergisst es ist dann bis sie seiner satanistische bibel ist es ist ein bisschen besser weil sie als sicherer ist das leben angeht also bekommt sicher jeden sechsten raum schwarzes herz ihr seid selbst verlangsamt noch extremst nervig vor allem weil die herzen immer rumschießen sobald man ihnen zu nahe kommt also zum glück war die verlangen sonst hätte ich hier glaube ich echt viel schaden kommen ups ja schon wenn du kannst ruhig fliegen weiter sparen das ist ganz schön ist ganz beautiful so meine kampfschreie seht meine kampfschreie helfen einfach bis es das knallte so und so wir arbeiten gar nicht mit bradabobie irgendwie weil einfach ein das stück ich hatte das über scheiße so das verlangsamt ist auch ganz schön weil dann schießt er nicht so nervig und ist halt nicht so weit genau gerade der angriff ist dann recht gemindert so tschau war nett mit dir können uns noch mal schwarz herzchen geben upsalad aber meine rote fliege woanders ich habe sie woanders eingeschätzt so und zack und zack noch eine münze ja ein paar münzen bräuchte noch damit wir im shop auf jeden fall das kaufen können zuerst bei euch zwei und dann ist egal judgment ne die gebe ich kein geld aber ich springe nicht in die luft damit du mir schade ich wollte dass du mir geld gibst an ihm an ihm an ihm ein weg nach unten wo du explodierst ne das heißt ich muss dich eigentlich mit der blauen fliege machen oder so geht's geht's weg so achten wir haben die nonnenhaube da ist das schwarze buch echt geil echt super geil okay verschnellert aber hier ist nichts drin und das bringt uns gar nichts das trinket so was gibt es hier ist der shop okay wir werden auf jeden fall mal reingucken auch wenn wir noch nicht genug geld haben aber stimmt ja so rein schon die blank card ja mit chariot eigentlich sogar cool aber nee ich behalte lieber mein buch da behalte ich doch lieber mein buch so zack 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 so rote fliege perfekt so was haben wir hier health ab ja nehme ich jetzt einfach mal gerne an hier ist jetzt kein problem oder so aber wie du es so klasse finde soll ich jetzt andere frage hören wir platz haben wir platzenta stimmt herviger geist weg okay dann würde ich sagen gehen wir zum mutter 2 ist nur die ebene haben wir seit einem bff gefunden das ist echt schade das ist eigentlich ich echt schade kommt doch mal irgendwas von dir hoch jetzt bitte irgendwas ja und wenn es nur dein fuß ist mir auch egal okay haben du bist gerade irgendwie ein bisschen abwesend kann das sein so zack jedes buch einsetzen soja hier unten kurz hin hier wäre der marmglitsch als sehr sehr vorteilhaft aber ich mache ihn trotzdem nicht finde ich weg das zu machen ich bekomme wir nicht egal da oben schön noch ein paar fliegen geht ja auf marm und ich habe irgendwas anderes das ist noch eine da jetzt die krähe ist da sehr schön die krähe wird unseren sieg bedeuten stirb sie ist tot das polaroid dürfte sinnvoller für uns sein der boston wir gucken mal rein aber okay kann eh nichts drin sein was mich eigentlich überzeugt nein jetzt ist der devil die weg okay falsche entscheidung gewesen egal irgendwie hatte ich das gefühl erst in den boston gucken zu wollen irgendwie für eine sekunde habe ich dachte wir hätten goat hat keine ahnung warum der kompass wäre auch sehr sinnvoll gewesen eigentlich aber haben wir nicht mal haben es toniel kann auch ganz cool sein in der challenge also einmal jede minute also jede volle minute stampft mutter mutter zack zack und zack chariot heben wir uns auf für it lives ist doch schon ein echt nerviger boss ah Mist ich bin nicht eingerannt zack nein curse of the maze ich will da nicht hin nein curse of the maze immer dieser curse of the maze der Priya treibt mich noch in den Wanzen nein jo infamy damage reduction auch ganz cool für die challenge haben wir weniger angst vor schüssen und da ist schon der boss dann gehen wir da mal hin na teratoma wenn es vor wenn es wenigstens der andere wäre der 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 wie heißt er keine Ahnung wie er heißt ah fuck it egal komm jetzt fully raging wir hätten auch kein devil gekriegen weil wir den letzten jahr im Endeffekt abgelehnt haben so 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 oh doch das erzählt wir kommen noch mal ein vielleicht ist da was gutes drin Goathead und cool danke nice danke fürs Gespräch brauche ich nicht den scheiß Trick Goathead kommt immer in den richtigen Situationen kaufen sie sich heute noch Goathead ja spielen wir viermal an dir kommen vielleicht bekommen wir die äh Fliege die uns beschützt nö dann sprengen wir dich sprengen wir dich und sprengen auch dich ok viel Geld nochmal vielleicht befinden wir noch irgendwo nen Battle oder so was ist hier drin ein Schlüssel nehme ich mit ich weiß halt nicht ob man zu Adlyphs muss oder äh zu irgendwas anderem also sonst könnte ich mit Chariot halt aufhalten weil wenn wir jetzt zu Isaac mit müssen würde ich natürlich mehr Chariot eher für Isaac aufsparen aber wir werden es jetzt bei Adlyphs denke ich mal einsetzen weil nachher müssen wir irgendwie nicht zu Isaac und dann hätten wir Chariot komplett umsonst dabei gehabt soo was haben wir hier Fade Up brauche ich nicht mehr ok ein recht nerviger Raum würde ich mal sagen soo die Krähe ist auch wieder am Start zack hier kurz durchschlängeln dann sind sie auch schon alle tot hier oben lang na und jetzt rein in das Gedärm und das Vernichten so noch ein Schlüssel hier gibt es nichts drin schade was gibt es hier so nerviger Gegner darauf habe ich keinen Bock wenn ich kann wenn ich ganz ehrlich bin darauf geht keiner los vor allem was dann nicht weiter geht weil das eine verdammte Sackgasse ist ne also da will ich ja oh nein da wurde ich getroffen habt ihr das sehen das ist ja wirklich äh wieder mal äh eine bodenlose Fräschheit so kommt jetzt hier um eine Aufliege mach mal dein Job wofür habe ich dich denn gekauft damals auf dem Flohmarkt ey einfach damit du nix tust oder was Mensch oh man ich halte so viel aus ich rechne damit nicht dass ihr so viel aushaltet so zack her mit dem schwarzen Herzchen and there is we got here speed down nice and we got tears up very nice dann gehen wir da rein mit Chariot erstmal kurz die Augen weg so weiter kommen jetzt nochmal zwei genau nicht dass wir Chariot jetzt eingesetzt hätten und dann gar nicht die Diffs treffen denn so jetzt setzen wir Chariot ein einfach drin bleiben mit der roten Fliege einfach drin bleiben solange wie es geht auch wenn Cheryl vorbei ist müssen wir eh eh drin bleiben also von dem her holen wir keine einzige mal getroffen also man merkt die Halo Flies sind doch schon echt sinnvoll das war die Challenge oh Gott wir haben sie auch beim ersten Versuch schon wieder geschafft was ist denn los hier The Run of Parato das ist die Six Rune jetzt werden wir uns noch äh hier haben wir schon mal die ersten geschafft die auch schon hälfte ist es sogar 1 2 3 und 4 hier die 8 habe ich vergessen ne habe ich nicht geschafft 4 Challenges Leute fehlen uns noch Puuuut wir kommen voran wir kommen voran ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann lasst uns dann nach oben da schaut in die Playlist und auf den Kanal vorbei wenn ihr Bock auf mehr habt und dann sehen wir uns heute Abend hoffentlich wieder beim abendlichen The Lost Run Peace up und haut rein bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal